Jetzt kommt Bewegung in diesen Videokurs. Wir kümmern uns nämlich um Animationen und auch Übergänge. Bei Animationen geht es ja darum, dass Elemente nacheinander erscheinen oder optisch hervorgehoben werden. Kreative Köpfe können auch ihre handschriftlichen Notizen und Skizzen animieren oder sogar ganze Trickfilme produzieren. Das Ganze ohne zusätzliche Software und vielleicht ja mal gemeinsam mit deiner Klasse. Lass uns also keine Zeit verschwenden. Weiter geht's mit diesem Videokurs und Teil 5 von PowerPoint für Lehrer. Wir starten mit einem einfachen Beispiel. Auf dieser Folie siehst du zwei Elemente, eine Kartenansicht und ihre Beschriftung. Beide Elemente sollen im Unterricht nacheinander erscheinen. Du könntest die Inhalte dafür einfach auf zwei aufeinanderfolgenden Folien ablegen, auf einer mit und einer ohne Beschriftung. Das bläht die Datei aber unnötig auf und nachträgliche Änderungen müsstest du dann nochmal auf allen Folien einzeln vornehmen. Das kann je nach Umfang sehr aufwendig sein. Nutze stattdessen eine der Animationen, die PowerPoint hier oben im Menüband auf dem gleichnamigen Reiter anbietet. Markiere dafür erst das gewünschte Element auf der Folie und wähle dann eine der Animationen aus. Soll eine Schrift oder eine Form zum Beispiel einfach erscheinen oder von der Seite ins Bild einfliegen. Sobald du eine Auswahl triffst, siehst du hier eine kurze Vorschau der Animation und entdeckst danach an dem Element eine kleine Zahl. Das ist nun die erste und einzige Animation auf der aktuellen Folie. Starte zum Testen den Präsentationsmodus. Zunächst ist die Beschriftung nicht zu sehen. Sie erscheint erst, wenn du per Pfeiltaste einen Schritt weiter klickst. Und auf diese Weise kannst du beliebig viele Elemente auf einer Folie nacheinander einblenden. Hier habe ich zum Beispiel die Animation Zoom verwendet, die die Beschriftungen nacheinander aufploppen lässt. Die Zahlen hier auf der Folie geben dabei die Reihenfolge an und du kannst die Reihenfolge der Animationen nachträglich ändern. Öffne dafür über das Menü hier oben den Animationsbereich, der dann auf der rechten Seite erscheint. Hier im Programmfenster kannst du die Animationen durch Ziehen mit der Maus in die richtige Reihenfolge bringen. Du kannst Elemente auf einer Folie übrigens nicht nur einblenden, sondern auch ausblenden oder bestimmte Bewegungen vollführen lassen. Schau dir dazu am besten mal die Auswahl unter Animationen im Menü an. Alle Animationen mit einem grünen Symbol blenden Elemente auf einer Folie ein, jeweils mit einer anderen Bewegung. Alle Animationen mit gelbem Symbol bewegen ein Element auf einer Folie, um es auf unterschiedliche Weise hervorzuheben. Alle Animationen mit rotem Symbol lassen ein Element von der Folie verschwinden, natürlich auch mit unterschiedlichen Bewegungen. Und viele weitere Effekte findest du hier unten in der Auswahl. Am besten probierst du die verschiedenen Animationen mal aus, aber ich will dich vorsorglich auch ein bisschen bremsen. Du solltest den Einsatz der Animationen nämlich nicht übertreiben, auch wenn die Auswahl in PowerPoint dazu verführt. Es sieht ja vielleicht witzig aus, wenn eine Schrift durchs Bild hüpft und dann noch einen dreifachen Salto hinlegt. Solche Animationen tragen aber ehrlicherweise selten dazu bei, dass Schüler den Inhalt besser verstehen. Einen besonders eindrucksvollen Effekt möchte ich dir noch zeigen. Du weißt ja schon, dass du auf einer PowerPoint-Folie auch Zeichnen und handschriftliche Notizen einfügen kannst. Da bietet sich wunderbar die Animation Wiederholen an, die deine Skizzen quasi nachzeichnet. Merke dir diesen schönen Effekt nicht nur für Präsentationen in der Schule, sondern auch für Erklärvideos, über die wir in diesem Videokurs auch noch sprechen werden. Apropos Erklärvideos. Die arbeiten ja häufig mit Animationen, teilweise sogar mit ganzen Trickfilmsequenzen. Das Animieren einzelner Handlungsabläufe, das ist in PowerPoint ganz einfach, zumindest wenn du ein bisschen kreativ bist. Das folgende Beispiel stammt aus dem Englischunterricht. Nacheinander kommen zwei junge Menschen ins Bild, jeweils von links und von rechts. Danach erscheinen zwei passende Sprechblasen und das alles passiert auf einer einzigen Folie in PowerPoint. Die Besonderheit ist hier, dass die Animationen nicht auf Knopfdruck, sondern automatisch hintereinander starten. Der Einfachheit halber gehe ich hier mal vom Endbild der Sequenz aus und baue dafür alle notwendigen Elemente auf der Folie ein. Die Sprechblasen findest du übrigens unter den Formen. Du kannst Füllung und Kontur anpassen, Text einfügen und die Spitzen der Sprechblasen in die Richtung der Münder ziehen. So, jetzt markiere ich das Mädchen auf der linken Seite und wähle oben die Animation Einfliegen aus. Und du siehst schon in der Vorschau das Problem, das Mädchen kommt nun zunächst von unten ins Bild und für meinen Geschmack viel zu schnell. Klicke im Menü neben den Animationen hier auf Effektoptionen und wähle dann die gewünschte Richtung aus. Ich nehme hier von links und als Dauer trage ich hier noch zwei Sekunden ein. Jetzt starte ich die Bildschirmpräsentation, der Einfachheit halber über die Taste F5 auf der Tastatur. Und beim nächsten Klick startet die Animation und mit dem Tempo bin ich so zufrieden. Weiter geht's mit den übrigen Elementen. Ich lasse den Jungen von rechts ins Bild kommen. Danach sollen die beiden Sprechblasen erscheinen und das löse ich über die Animation mit der ein bisschen missverständlichen Bezeichnung verblassen, die nach meinem Verständnis doch lieber einblenden heißen sollte. Sie sorgt auf jeden Fall dafür, dass die Sprechblasen nacheinander auf der Folie erscheinen. Du kannst dir die Folge der einzelnen Animationen auch wieder hier im Animationsbereich anschauen. Siehst du hier die kleinen Maus-Symbole vor jeder Zeile? Die bedeuten, dass die Animationen erst beginnen, wenn du sie beim Präsentieren manuell per Mausklick oder Pfeiltaste startest. Aber du kannst das Abspielen eben auch automatisieren. Klicke mit der rechten Maustaste auf ein Element in der Liste oder hier auf den kleinen Pfeil und der Eintrag Nach vorherigem beginnen lässt die Bewegungen gleich nacheinander und komplett ohne dein Zutun einsetzen. Mehr Möglichkeiten zur Steuerung der einzelnen Animationen entdeckst du übrigens unter Effektoptionen und Anzeigedauer. Hier kannst du unter anderem Verzögerungen zwischen den Bewegungen festlegen und sogar passende Geräusche oder Sprachaufnahmen hinzufügen. Na, juckt's dir schon in den Fingern? Dieses einfache Beispiel inspiriert dich hoffentlich dazu, die Möglichkeiten der Animationen noch viel weiter zu spinnen. Ich möchte dich aber auch dazu ermutigen, deine SchülerInnen einzubeziehen. Bei so einem Videoprojekt können junge Talente viele verschiedene Kompetenzen einbringen. Lass deine Klasse doch einfach mal zu einem vorgegebenen Thema experimentieren und einen eigenen Trickfilm erstellen. Du wirst von den Ergebnissen ganz sicher überrascht sein. Denke zuletzt noch daran, deine Sequenz als Video zu exportieren. Die Animationen werden dabei so übernommen, wie du sie in der Präsentation festgelegt hast. Klicke dafür im Menüband von PowerPoint erst auf Datei, dann weiter unten auf Exportieren und in der Auswahl auf Video erstellen. Entscheide dich auf der rechten Seite für die gewünschte Videoqualität. Die steht hier sogar Ultra HD 4K zur Verfügung. Diese bestmögliche Auflösung erzeugt aber riesige Dateien, die auf vielen Geräten nicht ruckelfrei abspielbar sind. Und schon die gängige und üblichere Einstellung Full HD 1080p kann ältere Computer ordentlich fordern. Klicke dann unten auf Video erstellen und wähle einen Speicherort für die Videodatei aus. Je nach Umfang der Trickfilmsequenz benötigst du etwas Geduld. Den Fortschritt kannst du hier unten in der Statusleiste verfolgen. Und in jedem Fall solltest du das fertige Ergebnis kontrollieren und dir nochmal komplett ansehen, bevor du es anderen zeigst oder mit ihnen teilst. Stelle unbedingt auch sicher, dass das Video vollständig exportiert wurde und keine unerwünschten technischen oder inhaltlichen Fehler enthält. Wenn du vorher das Prinzip der Animationen verstanden hast, dann wirst du auch mit den Übergängen klarkommen. Das sind ja quasi Animationen von Folie zu Folie. Das Auswahlmenü sieht deshalb auch ähnlich aus. Wähle hier oben einen Übergang zur aktuell angezeigten Folie aus und du siehst sofort eine Vorschau. Ich sag's vorsorglich nochmal, übertreib es nicht mit zu wilden Spielereien. Meist sind einfache Animationen und Übergänge die sinnvollere Wahl, weil sie nicht vom Inhalt ablenken. Die weiteren Optionen sollten hier jedenfalls für dich selbsterklärend sein. Sehr ans Herz legen möchte ich dir zuletzt noch den Übergang morphen. Damit sind coole Effekte möglich, denn PowerPoint versucht hier, die beiden verbundenen Folien optisch ineinander übergehen zu lassen. Du findest im Internet noch zahlreiche spannende Beispiele dafür. Anders als zum Beispiel im Fernsehen kann man hier in einem Videokurs natürlich nicht überziehen. Lass uns trotzdem mal langsam zum Ende kommen. Du hast ja wieder so viele Anregungen und Ideen bekommen, dass du viel zum Ausprobieren und Üben hast. Das Üben lohnt sich auf jeden Fall, denn darauf werden wir im nächsten Teil dieses Videokurses aufbauen. Dann geht's um interaktive Präsentationen und digitale Spiele, die du mit PowerPoint ganz leicht umsetzen kannst, speziell für Schule und Unterricht. Ich freue mich auf dich! Ich freue mich auf dich!